Ein Düsseldorfer, ein Kölner und ein Bayer gehen in die Bar. Bestellt der Düsseldorfer ein Alt, der Kölner ein Kölsch und der Bayer eine Cola. Fragen die anderen, warum trinkst du Cola? Antwortet der Bayer, na wenn ihr kein Bier trinkt, trinkt ich auch keins. Alexa, wo bin ich? Du befindest dich in der näheren Umgebung von Fürth. Alexa, wie spät ist es? Es ist 18.42 Uhr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.